Framboise, ich taufe dich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er ist irgendwie komisch, dieser Typ. Komisch? Wieso? Hör mal, er wirkt ein bisschen daneben, oder? Michelle ist echt super. Er ist ein Profi in seinem Job. Er ist ein richtiges Ass. Hab ich erzählt, dass ich für meinen Vater ein Idiot war? Nein. Ja, aber ich war ein Idiot für ihn. Warum sag ich das? Genau, das ist das einzige Problem beim Sohnes, dass man, man verliert den Faden. Sie haben sich auch nicht geliebt gefühlt. Genau, genau, das ist es.